Hallo, Deutsch Mittelstufe 3, Diktat 14. Heute machen wir wieder unser Diktat, Parasugihe Popsila. Wie immer, hang sang shalom, ich sage fünf Sätze und ihr schreibt alle Sätze auf ein Blatt Papier. Jeden Satz sage ich euch dreimal, langsam, langsam und schnell. In der normalen Geschwindigkeit, also hang sang shalom, mun sang, tasotke, cega ilgo turigo, um chong nage chon choni, dasi chon choni und mach simak nun chokum to, potong han, sok toro, bali ilgo turigo. Seid ihr bereit? Dann geht's los. Erster Satz, sehr langsam. Eigentlich möchte ich heute kein Deutsch lernen. Aber weil bald die Prüfung ist, werde ich trotzdem einen Aufsatz schreiben. Das hier haben wir nun langsam. Eigentlich möchte ich heute kein Deutsch lernen. Eigentlich möchte ich heute kein Deutsch lernen. Aber weil bald die Prüfung ist, werde ich trotzdem einen Aufsatz schreiben. Zweiter Satz, sehr langsam. Geh mal kurz rüber zu Frau Kim und frag sie, ob sie heute. Heute Nachmittag mit uns Kaffee trinken will. Langsam. Geh mal kurz rüber zu Frau Kim und frag sie, ob sie heute Nachmittag mit uns Kaffee trinken will. Warte mal kurz rüber zu Frau Kim und frag sie, ob sie heute Nachmittag mit uns Kaffee trinken will. Dritter Satz, sehr langsam. Dritter Satz, sehr langsam. Und außerdem auch in der Lage ist, online zu arbeiten. Auch in der Lage ist, online zu arbeiten. ist es wichtig, dass man viele Sprachen sprechen kann. Und außerdem auch in der Lage ist, online zu arbeiten. Vierter Satz, sehr langsam. Mein Computer ist abgestürzt. Aber glücklicherweise habe ich eine Sicherheitskopie von all meinen Dateien. Das Jambon langsam. Mein Computer ist abgestürzt. Aber glücklicherweise habe ich eine Sicherheitskopie von all meinen Dateien. Martimark, fünfter Satz, sehr langsam. Ich soll jetzt bloß keinen Fehler machen. Sonst gibt es nämlich Ärger vom Chef. Nochmal langsam. Ich soll jetzt bloß keinen Fehler machen. Sonst gibt es nämlich Ärger vom Chef. Jetzt sage ich noch einmal alle fünf Sätze der Reihe nach. Nummer eins. Eigentlich möchte ich heute kein Deutsch lernen. Aber weil bald die Prüfung ist, werde ich trotzdem einen Aufsatz schreiben. Nummer zwei. Geh mal kurz rüber zu Frau Kim und frag sie, ob sie heute Nachmittag mit uns Kaffee trinken will. Nummer drei. Heutzutage ist es wichtig, dass man viele Sprachen sprechen kann und außerdem auch in der Lage ist, online zu arbeiten. Nummer vier. Nummer vier. Mein Computer ist abgestürzt. Aber glücklicherweise habe ich eine Sicherheitskopie von all meinen Dateien. Nummer fünf. Ich soll jetzt bloß keinen Fehler machen. Sonst gibt es nämlich Ärger vom Chef. Das war's. Konntet ihr alle Sätze richtig schreiben? Kurumion, 정답, katsi, hoakene, boksida. Nummer eins. Eigentlich, 실제로 nun, wollen nun, eigentlich, etagallich, möchte, kutero, ich heute kein Deutsch lernen. Aber, hier, aber, 앞에, koma, zain loko, weil bald, b, a, l, d, die Prüfung ist, um laut, check, und hier, koma, werde ich trotzdem, trotzdem, t, 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 um trotzdem einen und 똑같은 t aufsatz schreiben. Nr. gang, g, 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 e, g, e mal, g, e, run, g, A, b, hat, br, hat, br. Kurz rüber, kurz 는 조꾸만, also 짧게보다는 조꾸만 갔다와. Rüber zu Frau Kim, also zu Frau Kim는 결국 Kim씨의 집에 가봐. Rüber는 결국 무슨 의미? Frau Kim는 옆집사람. 한국이라면 같은 단지이나 바로 옆에 있고, 걸어가서 바로 도착할 수 있는 거리, das ist immer rüber. Und frag, si, 다시 명령, frag, g, si, kun요, ob, 뭔가 할까 말까? Si, heute, 아직 우리가 kun요 Frau Kim 이야기하니까, so 문자, heute nachmittag, mittag, t, t, zweite, mit uns, 우리랑 같이, kaffee, kaffee, 여기는 짧게, f, f, und 마지막 장ung, e, e, kaffee, trinken, 그대로, v, e, also, 조꾸만 김씨 집 갔다오고, 김씨한테 오늘 오후 우리랑 같이 커피 마실래? 물어봐봐. Nummer drei, hoit zu tag, hoit, te 할 때 hoit, aber e는 없고, zu, und der tag, und 복수, e, 하지만 한 마디 때문에 띄어쓰기 같은 거 없어요. 오늘 날, 이, 현대, 시대, ist es wichtig, 이것은 중요하다, 뭘, das, mit zwei S, es, es, man, 일반적인 주, immerhin viele Sprachen, 많은 언어, 명사 때문에, dem 문자, mal하다, sprechen, und kann, also 많은 언어, mal할 수 있는 것은 중요해. Und, au, sa, dem, au, sa, also, 집에하고, 할 때 au, sa, scharfes S, dem, get다가, auch in der Lage, ist, in der Lage, sein, bla, 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 zu, 할 수 있어, in der Lage, dem 문자입니다. Nr. 4. Mein Computer ist abgestürzt. Nr. 5. Abgestürzt. Nr. 5. Glück. 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 Nr. 5. Ort. Nr. 6. Nr. 5. Nr. 5. 4. Nr. 5. meine Dateien. Also, 내 모든 파일에 다행 있게 백업 복사가 있으니까, 이렇게 Computer가 주락, 고장났어라도 괜찮아요. 마지막 문장. Ich soll jetzt bloß keinen Fehler machen. Bloß. Also, scharf ist es, 조심. Keinen Fehler machen, bloß und 부정. 절대로 하지 마. Und soll nun 하지 마라고. 난 지금, jetzt 다시 TZ-App, 잘 check. 절대로 실수, 잘못 같은 거 하지 마라고. 그렇지 않다면 sonst. Sonst 앞에 연결되면에 거마가 있어야죠. gibt es, gibt. 장음 gibt 있지만, gibt는 안 돼요. Es nämlich, nämlich도 되게 길게 발음시켜야 하는데, nämlich mit 하는 절대로 안 돼요. R가, der R가 에음 라우트, und 미용사, 긴용미라소, 대 문자 vom Chef. Chef nun 요기소, Prang소, 바룸 대 문에, 스, ich지만, 지, 하루, 소야죠. ich soll jetzt bloß keinen Fehler machen, sonst gibt es nämlich Ärger vom Chef. Ärger vom Chef geben bedeutet 상사가 복bal하구 한ago 아, 우리한테 뭔가 할 거야. 그래서, ich soll jetzt bloß keinen Fehler machen. Und das war's. Ich hoffe, ihr konntet alle Wörter und alle Sätze richtig schreiben. Und gleichzeitig 동시에 auch noch einmal die wichtigste Grammatik wiederholen. 우리가 여기서 배우던 중요한 문법 살짝 들어가 있었지? 다시 한번 받아쓰기 하면서 아, 이런 표현, 이런 문법 있구나. 복습 할 수 있었다면 최고야. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.